Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren Finanzen heute am 13. September 2017? Wir können heute Glück haben, etwas gewinnen oder unsere Finanzen verbessern. Aber wir sollen etwas beachten. Die Möglichkeiten, Chancen erkennen, Informationen holen, die Preise vergleichen, keine schnellen Handlungen, keine schnellen Entscheidungen, aber auch keine Verzögerungen, weil das kann auch zum Verlust führen. Wir sollen im mittleren Bereich bewegen. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Dabei brauchen wir die innere Ruhe und die Gelassenheit. Wenn jemand wissen möchte, wie trifft das persönlich, das kann ich natürlich maßgeschnitten berechnen. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und können wir die finanzielle Situation ganz genau betrachten. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.